Scheiß Kind! Scheiß Kind! Die 19-jährige Mutter bekommt am Was geht Freunde da aus? Wir switchen rüber und let's rock! Hier lebt die 19-jährige Cheyenne, Ashley, Tiffany zusammen mit ihren Kindern Tom Henrik, Marc Jerome und Jacqueline Ihren Vater Kennen die drei Kinder nicht Die zwei Väter sind von drei unterschiedlichen Kindern Bitte was? Die zwei Väter sind von Drei unterschiedlichen Kindern Habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube ich habe dann schon nicht genau aufgepasst Drei... Scheiße Jacqueline Leg die Banane weg, wir hatten Currywurst Zu Mittag ausgemacht Achso Die will was gesundes Essen Nö, leg's zur Seite, wir fressen Currywurst Ihr habt ihre Gründe, warum sie bei Mitten im Leben mitmacht Ich mach bei Mitten im Leben mit, weil ich von den Fernsehmachern dann 100 Euro kriege Ja gut, wer würde da Nein sagen Und davon kaufe ich mir einen neuen DVD-Player Tom Henrik Nimm die Maul weg von die Oma sein Bier Scheiß Kind Scheiß Kind Die 19-jährige Mutter bekommt am... Wie ich denn die macht Cornflakes mit der Mikrofelle? Was ist falsch mit der? Wochenende Unterstützung von Oma Gertrud Oma Gertrud Marc, Jerome, tu auch mal die Oma winken Die Oma winken Am Wochenende tut meine Mutter mich unterstützen Also die Oma von die Väter Die Oma von die Väter, oh mein Gott, was... Ich hab wirklich im Unterricht nicht genau aufgepasst Mit den Kindern, die ihre Oma, die von die Mutter, die... Scheiße, ich richte Jacqueline, du Arsch Nicht das Katzenfutter fressen Wenn's schmeckt, warum nicht? Ja... Ja, da wollen wir auch noch was von haben Haha, naja, 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 naja Es ist günstig, was willst du mehr? Du sollst nicht immer so egotistisch sein Egotistisch? Ja, genau so hab ich das auch gelernt Tages verabschiedet sich... Junge, was sind das für Peter-Bahn-Schuhe? Cheyenne, Ashley, Tiffany von uns Haha, mit solchen Schuhen mach ich auch ständig den Haushalt Das ist... So funktioniert's am besten Nein, Jacqueline, die von Fernsehen müssen jetzt gehen Nein, du machst nicht was mit Lisa Das ist eine Assige Du sollst nicht was mit Ass... Das ist eine Assige? Guck mal in den Spiegel ...Leute machen Oh oh, mach keine Assige Leute Haha Marc, Jerome, Tom Hendry, komm mal bei die Mama Mama, wir gehen noch... Komm mal bei die Mama Orst Was? Nein, du brauchst keine Jacke Das sind 9 Grad draußen Ja, da brauch ich auch keine Jacke Das ist ganz verständlich Was willst du mit einer Jacke, wenn es gerade mal 9 Grad sind? Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch ein Like da Wenn du nicht getan, abonnieren Diesmal verabschiede mich und bin damit Auf 5 1 2 2